Herzlich Willkommen am zweiten Tag von 7 Tage bis Halloween. Und heute geht es um den Film Tales of Halloween, in dem 10 Kurzgeschichten erzählt werden, die sich alle in einer Straße aus einer amerikanischen Kleinstadt zutragen. Auch hier kann ich DVD und Blu-Ray wärmstens empfehlen. Am besten gleich ansehen und losgruseln. Und dann bis morgen.